Heute geht es weiter mit Flächenheit des Dreiecks und wir werden es genauso machen wie bei den letzten Malen. Ich habe euch diese drei Dreiecke hier oben als Papier ausgeschnitten bzw. kopiert. Alle anderen, die das nicht haben, die müssen es einfach über diesen Link herunterladen. So, dieses Mal ist es ein bisschen anders. Wir können nämlich dieses eine Dreieck hier, wo es schon beschriftet ist, nicht so zerschneiden, dass etwas rauskommt, was wir schon kennen. Jetzt kennen wir ja Parallelogramm, Quadrat und Rechteck. Ich habe euch stattdessen zwei Dreiecke mitgebracht, die deckungsgleich sind, quasi kongruent. Und diese beiden muss man anscheinend so verschieben können, dass man dadurch etwas herausbekommt, was man schon kennt. Parallelogramm, Quadrat oder Rechteck. Das ist jetzt eure Aufgabe. Ihr müsst quasi das, was schon beschriftet ist, ausschneiden und ins Heft kleben. Und die anderen beiden, die müsst ihr so legen und zusammenpacken, dass etwas entsteht, was er kennt. Und dann wieder, Aufgabe 2, von beiden den Flächeninhalt bestimmen. Das eine geht, weil man die Formel dafür schon kennt und das andere geht dann auch. Viel Erfolg!